Hallo und Willkommen bei Uptotex im Konzernsteuerrecht. Mein Name ist Lukas Bernwieser und Thema heute ist der Übergang und die Verrechnung von Mindestköstguthaben bei Verschmelzungen. Was ist da die Ausgangssituation? Kapitalgesellschaften zahlen auch wenn sie Verluste machen grundsätzlich immer Steuern, also eine Mindeststeuer oder Mindestkörperschaftssteuer. Diese Mindeststeuer können sie dann anrechnen oder verrechnen in Gewinnjahren, wenn dann tatsächlich steuerfest gemacht wird. Man spricht deswegen auch vom Mindestköstguthaben und dieses Mindestköstguthaben geht grundsätzlich bei Verschmelzungen im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge auf einen Rechtsnachfolger über. Die Frage ist nur, nach welchen Spielregeln passiert das auf der Zeitschiene, also wann kann Mindestköstguthaben frühestmöglich verrechnet werden. Man hat dazu auch keine spezifische Regelung, ganz anders ist das bei Verlustverträgen, also wenn eine Gesellschaft Verlustverträge hat, verschmolzen wird auf einen Rechtsnachfolger, dann richtet sich der Übergang nach § 4 Umgründungssteuergesetz, das heißt, im Rahmen der Buchwertfortführung und bei vergleichbarem Verlust verursachendem Vermögen geht dieser Verlust über und auf der Zeitschiene ist dieser Verlust dann abzugsfähig für den Rechtsnachfolger in dem Veranlagungszeitraum, der auf den Verschmelzungsstichtag folgt. Das Ganze gibt es aber nicht im Bereich der Mindestköst, wie gesagt, das heißt, wir haben eigentlich immer schon ein Fragezeichen gehabt, wir haben zahlreiche BFG-Rechtsprechungen dazu und der VWGH hat aktuell jetzt die Gelegenheit gehabt, hier einen Schlusspunkt zu setzen und uns zu sagen, wie es schlussendlich funktioniert. Welchen Sachverhalt haben wir hier vorliegen? Wir haben eine Gruppe mit einem Gruppenträger und zwei Gruppenmitgliedern, steuerlicher Stichtag, wenn man so will für alle Gruppenteilnehmer grundsätzlich der 31.12.2011, für alle außer für die Beschwerdeführerin, die hat als Stichtag den 31.10.2011 und geplant war hier, man sieht es eingezeichnet in der Grafik, dass die DGmbH verschmolzen wird zum 31.12.2011 auf die Beschwerdeführerin und im Bauch der DGmbH ist ein Mindestköstguthaben von 12.000 Euro, wo sich ganz einfach die Frage gestellt hat, wann gehen diese 12.000 Euro über und vor allem wann sind sie verwertbar für die Beschwerdeführerin. Und die Beschwerdeführerin hat hier vertreten, dass das Mindestköstguthaben bereits am Stichtag, nämlich zum 31.12.2011 ankommt bei ihr, also um 24 Uhr und dass es, weil es ins Kalenderjahr 2011 fällt, für sie schon verrechenbar ist im Veranlagungsjahr 2011 und der BFG, also das BFG hat der Beschwerdeführerin Recht gegeben, hat gesagt, ja, es geht im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge über, bereits mit dem Stichtag 31.12.2011 kommt es an und weil die Mindestköst, also dieser §24 KSDG immer eine Art Kalenderjahr vor Augen hat und der Stichtag ins Kalenderjahr 2011 fällt, ist es völlig in Ordnung, dass die Beschwerdeführerin hier eine Verrechnung des Mindestköstguthabens im Veranlagungsjahr 2011 vornimmt, auch wenn ihr Stichtag eigentlich am 31.10.2011 schon vorbei war. Und ja, das Finanzamt hat Amtsrevision eingelegt und so hat der VWGH uns jetzt, hat jetzt die Möglichkeit uns zu sagen, wie es schlussendlich ist und hat uns folgendes mit auf den Weg gegeben, hat gesagt, ja, Mindestköstguthaben ist im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge übergegangen auf die Beschwerdeführerin und das Mindestköstguthaben ist ein vermögenswerter Vorteil, ein vermögenswerter Anspruch, der an und für sich wie alle Vermögensgegenstände eigentlich übergehen sollte, also nach den allgemeinen Spielregeln. Und diese Spielregeln schauen wie folgt aus, nämlich das Vermögen geht zum Verschmelzungsstichtag ab beim Rechtsvorgänger und kommt am Verschmelzungsstichtag folgenden Tag an. Das heißt, im konkreten Fall kommt das Mindestköstguthaben erst am 01.01.2012 0 Uhr an und nicht schon am 31.12.2011 24 Uhr. Und das Mindestköstguthaben ist für die Beschwerdeführerin daher erst frühestens verrechenbar im Veranlagungsjahr 2012. Was bedeutet das? Bei uns die DGmbH wird letztmalig ganz einfach veranlagt im Jahr 2011, gibt ihre Steuererklärung ab und nimmt vielleicht auch noch eine Restverrechnung von Mindestköstguthaben vor. Was auch immer da an Mindestköstguthaben übrig bleibt, geht dann auch über auf die Beschwerdeführerin und die kann es geltend machen in dem Veranlagungsjahr, in das der Verschmelzungsstichtag folgende Tag fällt. Im vorliegenden Fall war das das Veranlagungsjahr 2012. Was kann man sich mitnehmen für die Praxis? Einerseits, wir haben nun endlich Klarheit, der VWGH hat so gelöst, wie wir es vermutlich im Bauchgefühl auch gemacht hätten. Wir müssen uns nicht mehr auseinandersetzen mit der doch komplizierten BFG-Rechtsprechung, die davor Bestand hatte. Und was ganz wichtig ist, vielleicht ist, was da auch ganz deutlich zum Ausdruck kommt, wir haben unterschiedliche Spielregeln für die Mindestköst und für die Verlustverträge. Im vorliegenden Fall ist die Mindestköst verrechenbar im Veranlagungsjahr 2012. Hätte jetzt die DGmbH Verlustverträge auch noch gehabt, die ebenfalls übergegangen wären auf die Beschwerdeführerin, dann hätte es die Beschwerdeführerin erst in dem Veranlagungszeitraum geltend machen können, der auf den Verschmelzungsstichtag folgt. Das heißt, im Veranlagungsjahr 2013. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied, der aber große Bedeutung haben kann und man sieht einmal mehr, im Konzernsteuerrecht kommt es auf Kleinigkeiten an und wenn Sie Lust und Laune haben, offen sind für Anregungen, können wir uns gerne über Kleinigkeiten im Konzernsteuerrecht unterhalten. Schreiben Sie uns, läuten Sie durch, sollten wir uns nicht hören, sollten wir uns nicht lesen, macht das überhaupt nichts. Wir sehen uns ganz einfach in der nächsten Ausgabe bei UpToText. Vielen Dank! Und wir haben auch weitere Folgen in der Beitragsreihe UpToText, die ihr auf keinen Fall verpassen wollt, zum Beispiel auf der linken Seite Folge 4 zum Zinsabzug bei nicht ausgenutzten Krediten und die nächste Folge findet ihr rechts. den Krediten und den Krediten cath literal Krieger in den Krediten und nur connects zu bowen und Quellen Laufen auf politiker aus den Berg undได Discovery mit der Kultur im Konzernterungen und der Krediten. Vielen Dank.